Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astro.Wix und so wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und zwar geht es heute wieder um einen größeren Betrag an Gold, den ich ausgegeben habe ich habe insgesamt 7,5 Millionen Gold ausgegeben für einen Mythic Run für Neolota also sprich einen Clear Run und habe mir da ein paar Sachen geholt was das alles ist, will ich euch jetzt gleich mal zeigen und ja, wie sich das Ganze gliedert also zum allererst bin ich natürlich rein wegen dem Mount, denn ich bin ja ein Mountsammler und dementsprechend war das das letzte Mount, was mir gefehlt hat wir können jetzt mal hier durchgucken, ich bin jetzt bei 642 Mounts und wenn wir jetzt hier einmal runterscrollen, werden hier auch keine Mounts mehr angezeigt also ich habe alle Mounts, die man jetzt im Spiel sich so weit erspielen kann was natürlich nicht beinhaltet sind irgendwelche Mounts, die rausgepatcht sind die nicht mehr im Spiel erhältlich sind und hier auch nicht mehr einsehbar was ich an Mounts aber dennoch habe, sind solche Geschichten wie die ganzen TCG Mounts also die habe ich ja auch schon, wie die Serie so ein bisschen gezeigt das letzte, was mir ja da noch gefehlt hat, war das Magic Rooster Act das wir in der letzten oder vorletzten Folge einmal gezeigt hatten oder auch den Blizzard Bären, das habe ich natürlich schon auch aber es gibt so das ein oder andere alte, das leider nicht mehr erhältlich ist das ich leider nicht habe, aber jetzt alle Mounts, die man in Gamer spielen kann kann ich meinen eigenen nennen und da war es mir definitiv wert, das Gold auszugeben jetzt mag sich der ein oder andere fragen hey, warum hast du jetzt nicht selber ein Raid-Gilde gesucht, das so erspielt ich hatte am Anfang von 8.3 mir überlegt gehabt, suche ich mir wieder ein Raid raide ich mütig, ich habe ja davor die anderen Contents auch mütig geradet zum Beispiel davor den Content Eternal Palace habe ich ja mit einer Gilde clear geradet und ja, dementsprechend bin ich auch in der Lage oder auch Uldir habe ich auch, bevor der nächste Content rauskam selber clear geradet, also ich müsste mir jetzt den Content nicht kaufen also ich könnte mir das wahrscheinlich auch so erspielen spielerisch aber ich habe mir das so ein bisschen durchgeräumt ich hatte ja keine Lust eigentlich mir wieder eine Gilde zu suchen das zum einen wieder mich irgendwann feste Zeiten zu binden und das andere was noch war, meistens wenn du dann neu in der Gilde dazukommst dann stehst du bei so Sachen wie dem Mount hinten an und wenn es blöd läuft, killt man den Boss erst relativ spät bis dann 20 Leute ihr Mount haben oder meistens ist der Kader ja 25 bis 30 Leute fällt man oft mal hinten ab und dann kriegt man es doch nicht, obwohl man den ganzen Content quasi mit geprogressed hat die Situation hatte ich nämlich ähnlich bei HFZ war das da hatten wir auch ein halbes, über ein halbes Jahr davor quasi den Endboss gekillt ne, Eichemond und ich war dann glaube ich einer der letzten, der das Mount bekommen hat obwohl es hieß, ja die, die beim First Kill dabei waren, kriegen es vorher und da habe ich fast meinen Mount nicht mehr gekriegt das war immer so ein bisschen eine Leere ich dachte mir, ne, ich habe keinen Bock, dass mir das passiert deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich fahre mir liebes Gold hol mir das Mount zu 100% und tu in der Zeit, wo ich geradet hätte, lieber das Gold farmen das war jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise an die Stelle ich verstehe schon, dass Leute dann sagen, hm, hier selber farmt ist besser sehe ich zwar schon auch so, aber für mich gilt halt hauptsächlich ich will halt meine Sammlung fertig haben, ne und ich stelle mich jetzt hier auch nicht hin und sage, ich habe mir das selber gespielt sondern, das habe ich mir gekauft und, ja, damit bin ich eben rein für die Leute, die sagen, wahrscheinlich hast du dann die anderen Contents auch gekauft nein, ich zeige es jetzt nur für die Leute, die dann wieder mir blöd kommen warte, das ist hier, ähm, Dingster Boomster, der aktuelle Raid wir schauen jetzt in den letzten rein also ich habe hier den letzten Content, Eternal Palace das jetzt, ah ne, das ist das Falsche ah ja, also ich glaube mal, ich habe, was, hä, das kann irgendwie nicht sein irgendwas stimmt da nicht also ich war zwar gut in dem Content, aber nicht so gut ich habe überall 100% Lock okay, nein, äh, im Mythic-Modus also ich hatte allein in dem letzten Content das ist auch, wo es aktuell war habe ich allein, ähm, vier ne, sogar fünf, zeigt es mir an ne, da müssen wir umschalten, glaube ich 400, ne, 500% Locks hatte ich gehabt also den habe ich definitiv selber gespielt jetzt hier könnt ihr gucken, ähm, den aktuellen, ne, das Mythic-Ding halt, wo haben wir es? äh, oh, das sieht man gar nicht wegen der Kamera da, äh, haben die auch privat geloggt da habe ich keine Mythic-Logs, ne weil ich dementsprechend, äh, einfach nur durchgezogen wurde und ich habe die meisten Boss-Kämpfe auch nicht mitgespielt, ne also, voll geboostet aber ich habe mein Mount, ich habe meine Achievements das Dark Two-Kombo auch gleich noch und zu den Items, also sprich Mounts haben wir einmal komplett, ähm, äh, abgehakt dann habe ich mir, also der Run hat eigentlich sieben Millionen gekostet ich habe dann noch zusätzlich, ähm, mir ein paar Items geholt also ich hatte, es gab verschiedene Modelle bei der Gilde, wo ich es mir gekauft habe wenn, dann kauft man sich den Run- und Loot-Trader darauf habe ich jetzt aber verzichtet, weil ich mir dachte, ich will eigentlich nur das Mount das wurde mir sicher zugesagt und ich habe übrigens auch die Essence bekommen also die Legendary Essence, die müsste eine von denen sein, die ich jetzt hier habe ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißt auf jeden Fall habe ich die auch noch bekommen Mount, Legendary Essence und alle Items, die ich zusätzlich haben wollen würde die hätte ich dann halt extra zahlen müssen es hätte auch das andere Modell gegeben dass man gesagt hätte, okay, äh, hier gehst du hin und ähm, ja und kriegst, zahlst mehr dafür kriegst du zwei Trader das wollte ich aber nicht, weil ich dachte, ich brauche eh nicht so wenig viele Items weil Gier hatte ich eigentlich genug ich habe aber dennoch dann ein paar Items gekauft also nochmal für 500.000 für Items tatsächlich ausgegeben das hatte ich eigentlich nicht geplant ich dachte mir, komm, ich gehe da jetzt nur einmal reinkaufen dann hole ich mir die halt noch mit und zwar habe ich mir hier dieses, das, äh, quasi die Brust geholt die ist halt 4,90 und hat halt gute, ähm, Stats drauf selbiges, äh, gilt für den Kopf ich wollte halt quasi hier Herz der Dunkelheit haben deswegen habe ich mir das geholt für den Guardian-Spec wo ich, eigentlich wollte ich es nicht ausgeben und dann dachte ich mir, komm, nimmst du das halt mit und das andere, was halt wichtiger eigentlich war ist für den DD-Spec, da wollte ich eigentlich tatsächlich zwei Items haben und zwar äh, einmal den Ring und das ist sehr schön ähm, der, also das ist der Biss-Ring den man für den Feral haben kann plus nochmal, äh, mit Lifesteal das war sehr schön dann wollte ich eigentlich noch das Dressed-Ringet haben ist auch getroppt, bloß konnten sie mir leider nicht handeln weil anscheinend blöderweise ja, blöderweise der Heiler nur einen Heiler-Item hatte auf 4,75 und kein Agi-Item deswegen ging das leider nicht schade, hätte ich auch noch mitgenommen für meinen Arena-Gier genau, soviel zu den Items, die ich mir geholt habe nochmal dann für die 500k die T-Teile, oder T, ich sag T-Teile also die Azari-Teile die kam halt 200k gekostet und der Ring halt 100k nur für ein normales Item genau, bei Erfolgen sieht es jetzt auch ganz gut aus ähm, das waren ja mir haben ja 10 Erfolge noch gefehlt 9 davon waren dementsprechend die Raid-Kills ich hatte ja 3, die ersten 3 Bosses in der Freeload da bin ich ein paar Mal mit dem Twinkle Run mitgelaufen hab mir da ein paar Items geholt und dann haben wir jetzt die hinteren 9 noch gefehlt die hab ich jetzt dementsprechend alle und jetzt fehlt mir halt nur noch ähm, wie ihr seht eine Achieve und ich bin bei 3.931 von 3.932 und dementsprechend fehlt mir jetzt hier nur noch der Gladiator-Titel und dann hab ich alle Erfolge da sind wir schon fleißig am PvP-Katze üben deswegen, wie gesagt, waren mir die Katzen-Items tatsächlich wichtiger als die Guardian-Sachen die Guardian-Dinge hab ich jetzt nur mitgenommen ja, äh, ist ein bisschen ein bisschen angenehmer, Visions noch zu ziehen wenn man ein paar mehr Stats hat, aber wirklich notwendig waren sie jetzt dementsprechend nicht gut, ja, das war eigentlich soweit alles, was ich mir geholt hab jetzt steht bei mir erstmal wieder ein bisschen Goldfarmen an ich bin nämlich jetzt, äh, zumindest auf dem Main-Account ziemlich pleite, auf dem zweiten Account hab ich noch gut über 10 Millionen ähm, die wollte ich aber jetzt erstmal unangetastet lassen und mal gucken was wir dann damit noch machen es steht ja noch das ein oder andere ähm, ein oder andere TCG-Toy aus und ja, gucken wir uns, was wir uns dann als nächstes holen und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video schreibt mir gerne eure Gedanken, Meinungen in die Kommentare und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder euer Tila, bis dann, äh, ciao an, äh, ciao an, äh, ciao